Jetzt lernen Sie ihn kennen, das ist Helge Leonard und er ist begeistert von seinem neuen Trainer und findet dafür klare Worte. Der neue Mann auf dem Rasen beeindruckt vor allem den neuen Mann an der Spitze des FC Erzgebirge und zwar aus drei Gründen. Er ist jung, hat in der internen Sportwelt sehr gute Referenzen, er hat jetzt schon im Kopf die Wismu-DNA und das ist für mich entscheidend. Entspannter Typ, oder?